In diesem Video soll es gehen um eure Fuß- und Unterschenkelmuskulatur. Wir fangen an mit dem Unterschenkel hinten. Wenn ihr tanken geht, geht ein Stück weit von der Zapfsäule weg wegen den Dämpfen und Abgasen und ihr seht, man kann wunderbar die Füße aufstellen an die Kante und dann wird der Unterschenkel, der Fuß überdehnt, ihr streckt das Knie durch und dadurch, dass ihr Oberkörper ein Stück weit nach vorne kommt, hier seht ihr, man kann sich ein Stück weit festhalten und abstützen, dann wird die Kraft von der Fußspitze übers Knie über den Oberschenkel in den Rücken aktiv, wenn ihr die Fußzehen gegen die Bordsteinkante drückt. Und so könnt ihr dann während dem Tankvorgang was Sinnvolles für eure Waden- und Oberschenkelmuskeln tun und so wie ihr es jetzt im nächsten Bild seht, dann auch während einer Pause an der Raststätte, wenn man warten muss. Manchmal lohnt es sich, dass man auf längeren Strecken, zum Beispiel wenn ich in Schwarzwald in die Praxis fahre, Fahrzeit 3-3,5 Stunden, eine Pause zwischendurch, 5 Minuten für die Muskelmast tun auf Dehnung und Kraft. Auf diesem Bild seht ihr eine meiner Schwächen, das ist die Siedewurst mit viel Senf. Ich weiß, es ist ungesund und ich versuche auch mit so wenig wie möglich Kohlenhydrate auszukommen, nur auf diesen langen Fahrten, da manchmal packt es mich dann wieder und dann verfalle ich in so alte Mustern. Dann aber mit Lachen im Gesicht gönne ich mir so eine Siedewurst und kann eben nebenbei dann die Dehnkraftübungen machen. Jetzt hier nochmal für Fuß, hinten Oberschenkel und Oberschenkel, Dehnung und Kraft während der Pause am Rastplatz. Und so kann man eben wunderbar auch längere Fahrten immer wieder unterbrechen. Hier jetzt seht ihr im Kino eine Rolltreppe, das ist natürlich heute in vielen Kaufhäusern üblich. Wenn man jetzt also keine Treppe hat, die man nutzen kann oder möchte für ein Herz-Kreislauf-Training, könnt ihr hier wunderbar Dehnkraft nebenbei machen. Und in dem Moment, wenn ihr den Fuß am Anfang so aufstellt, dass die Zehen vorne über die Kante rübergehen zur oberen Stufe, wenn jetzt die Rolltreppe losfährt, wird die Ferse automatisch mit nach unten gebracht und zwar so weit, wie eure Ferse runter kann und die Wade das mitmacht. Und dann haltet ihr euch mit dem großen Zeh praktisch, kallt ihr euch fest und habt jetzt wunderbar eine Mischung aus Dehnung und Kraft für Fuß- und Wadenmuskeln. Und ihr seht, man kann sich schön an diesem Rolltreppengeländer festhalten, dass man nicht kippt. Und der Unterschied ist zum Beispiel zu einer Kräftigungsübung, die oft empfohlen wird, wenn es um Waden geht und Fuß, dass man sich so hoch drückt und immer wieder nach oben pumpt. Ist auch ein Krafttraining, allerdings wieder in die maximale Verkürzung der Waden- und Fußmuskulatur, was ihr bei jedem Schritt ja sowieso schon immer tut. Das heißt, das ist ja keine Ausgleichsübung dann, sondern einfach nur nochmal eine Kräftigung wie im Alltag bei jedem Schritt. Also aus meiner Sicht ist dann die Übung viel effektiver, weil ihr in die Länge kommt und mal die die Verkrampfung in der Wade lösen könnt und nicht noch mehr da rein trainiert. Okay, und wenn ihr jetzt dann nach oben fahrt, diese Rolltreppen sind oft relativ lang, also kann man wunderbar schon eine ganz gute Ausgleichsübung machen, bevor man sich dann entspannt und einen schönen Film anguckt. Hier seht ihr in der Küche Kaffeemaschine, man muss warten. Manchmal braucht es, bis der Milchschaum durch ist, dann bis die Kaffeebohnen durch sind. Habt ihr wunderbar Zeit, auch hier wieder die Übung zu machen. Hier seht ihr, es ist ein Bein nach hinten gestellt und das linke vorne steht auf dem Boden. Man könnte natürlich auch steigern und beide Füße nach hinten stellen, sodass ihr auf beiden Füßen gleichzeitig steht und die Zehen eingrallt. Hier lohnt es sich auch immer natürlich, den Wechsel linke und rechte Seite. Und auch bei diesen Übungen immer diese Niveaus Anfänger, Könner, Beherrschen und Meistern und dann noch die Großmeister am Schluss. Hier könnt ihr jetzt wieder sehen, zum Beispiel an der Bordsteinkante, das ist dann schon auch ein bisschen fortgeschritten. Die Arme kommen dann nach vorne, also jetzt zu uns in die Richtung, wo ihr zuschaut. Und wenn ihr die Arme immer mehr nach vorne bringt, lasst sie so weit wie möglich unten. Der Kopf bleibt hängen und dann versucht ihr so weit wie möglich nach vorne zu kommen und die Fußzehen krallen sich fest. Das heißt, automatisch macht ihr Dehnung und Kraft für die Fuß-, Unterschenkel-, Oberschenkel-, Rückenmuskeln. Eine Bitte, passt auf, dass ihr nicht abrutscht und wenn, dann rollt euch nach vorne ab oder schaut, dass ihr euch irgendwie festhalten könnt, dass ihr euch nicht noch verletzt bei solchen Übungen. Also ich mache es jetzt seit 30 Jahren, nie was passiert. Ich erwähne es nur, dass ihr daran denkt, euch da auch abzusichern. Okay, dann im nächsten Bild gezeigt, jetzt als Warmacht-Training vor dem Apnoe tauchen. Gleiche Übung, ihr krallt euch fest, hier mit beiden Beinen, haltet euch am Geländer und senkt die Füße ab. Dann für die nächste Steigerung, ihr nehmt ein Bein in die Höhe. Dadurch ist mehr Gewicht auf dem rechten Bein in dem Fall. Krallt euch wieder unten mit dem Fuß fest, drückt den Fuß nach unten und so könnt ihr schön steigern zwischen zwei Beine an der Treppe und dann an Land mit einem Bein. Und das ist jetzt zum Beispiel hier vorm Training, dass die für den Flossenschlag die Füße gut warm gemacht sind. Hier jetzt gezeigt vorm Laufen im Wald, man kann wunderbaren Baumschumpf nutzen oder man könnte auch eine Bank, eine Parkbank, die da steht. Ihr drückt den Fuß nach unten, streckt das Knie durch, das andere Bein nach vorne gestellt, dann nehmt ihr Gewichte von weg. Also es ist ein bisschen Entspannung auf dem linken Bein dann. Hier auch wieder mit Kraft nach unten drücken, halten, drei, vier Atemzüge und dann kommt die nächste Übung. Hier jetzt im Prinzip eine abgewandelte Yoga-Übung. Ihr seht hier mit einem Bein nach oben gebeugt. Wenn jetzt am rechten Bein, das unten auf der Matte steht, den Fuß nach unten drückt und die Zehen einkrallt, dann könntet ihr noch das kombinieren mit einer normalen Kräftigungsübung, die viele kennen, dass man einfach das linke Bein dann nach hinten streckt und den Gesäß und Oberschenkelmuskel noch mit kräftigt. Wir wollen ja immer dieses Prinzip mit Dehnung und Kraft in die Länge beibehalten, sodass bei uns eben diese Übung so geht, dass man einfach das Bein hält, ohne es nochmal aktiv nach oben zu verkürzen. Und hier wunderschönes Ambiente, das waren damals die Malediven, auch so beim Suchen nach den Delfinen. Dann hier jetzt gezeigt, während der Behandlung, wir können an der Bank stehen und auch gleiches Fuß nach hinten stellen, runterdrücken mit Kraft. So kann man praktisch neben der Arbeit auch eine Übung machen. Jetzt zum Beispiel beim Sport vor dem Bogen schießen. Wenn ihr die Arme hinter die Beine bringt, dann habt ihr natürlich eine sehr große Dehnung vom Rückenmuskel mit. Wichtig hier, der Kopf hängt nach unten und man versucht hier den Bogen weiter nach hinten zu bringen. Ihr müsst hier wieder aufpassen, das Gewicht wird ja so verlagert, dass ihr kippen könntet. Wenn ihr beide Füße unten festkrallt im Sand, dann sollte normal nichts passieren, aber es könnte sein, also falls ihr kippt, bitte rollen. Ansonsten hier eine schöne Möglichkeit, die gesamte Kette von der Fußzehmuskulatur, Fußmuskulatur, Wadenmuskeln, Oberschenkel, Gesäß, die ganzen Rückenmuskeln bis zu den Halsmuskeln in der vollen Überdehnung dann auch auf Kraft zu belasten. Hier jetzt ein Bein gezeigt, man stützt sich am Bogen ab, das rechte steht unten und das linke drückt in dem Fall mit dem Fuß in den Sand als Aufhörmtraining vor dem Laufen nachher, wenn man die Pfeile holen muss. Falls ihr zu Hause seid, es regnet, ihr könnt nicht raus, dann geht es auch am Boden, ihr drückt das Bein nach unten, also nicht die Hand drückt, sondern hier der Pfeil geht aufs Knie, sodass ihr auch hier den Oberschenkel nach unten drückt und die Ferse, dass sie hinteren mussten aktiv werden. Dann könnt ihr das Ganze auch im Stehen noch machen, man drückt wieder den Fuß nach unten und das Knie durchgestreckt, stützt sich vielleicht am Bogen ab und das rechte Bein stützt. Hier gezeigt, vor dem Laufen am Sandstrand, auch wieder ein Bein in der Luft, das ist eine Steigerung, wie wenn man beide Füße am Boden hätte, Zehen einkrallen, Knie durchstrecken. Hier jetzt im Stehen gezeigt, man kann sich abstützen, man könnte auch wieder beide Beine am Boden stehen haben, für die, die wohl noch nicht so weit fortgeschritten sind, fortgeschrittene wieder nach oben. Hier jetzt gezeigt, auf einem Boot, wenn ihr rausfahrt, in unserem Fall war das wieder die Fahrt zu den Delfinen in Ägypten, man drückt dann die Arme oben gegen den Aufbau vom Boot und ihr seht am T-Shirt im Verlauf, welche Bauchmuskeln und den Latissimus ist ein bisschen mit drin noch und dann habt ihr unten am rechten Bein die Waden und Fußmuskeln überspannt und drückt mit Kraft nach unten, das linke Bein stützt oder ihr könntet auch beide Beine nach hinten stellen. Auch hier bitte wieder Vorsicht, ihr seht, hier ist im Hafen, da gibt es keinen Wellengang, also wenn man auf dem Boot solche Übungen macht, immer wichtig, dass man sich festhält und mein Papa hat uns als Kind schon beigebracht, auch wenn man klettert oder auf dem Boot, immer eine Hand für sich selbst behalten. Man weiß nie, ob hier in dem Fall eine Welle kommt oder ein Ast irgendwo bricht, also immer sichert euch gut ab, dass ihr nicht auf die Nase fallt. Und dann steht dem Delfinerlebnis nichts entgegen. Für den Unterschenkel vorne gibt es genau solche Übungen, hier jetzt gezeigt an einer Waschanlage. Das heißt, das Auto fährt rein, ich habe draußen circa 10 Minuten Zeit, es gibt noch bei uns solche Waschanlagen, wo jetzt eben das Auto drin steht, andere läuft man mit einer Waschstraße durch, da kann ich es natürlich nicht machen, deshalb nutze ich manchmal eben die hier, weil man eben auch draußen noch schön Übungen machen kann nebenher. Also Fuß aufstellen und ihr seht, der C ist nach hinten gestreckt. Wenn ihr Schuhe anhabt, muss man wieder schauen, wie beweglich sind die Schuhe, dann wieder drauf gucken, dass er vielleicht nicht gerade vorne die Kappe abreibt am Schuh, also auch da wieder drauf achten. Dann jetzt, wenn ihr barfuß seid, den Fuß strecken. Ihr seht, der Fuß, der Spann, der Unterschenkel vorne, dann der Oberschenkel, der Bauchmuskel und dann seht ihr vom Brustbein hoch bis zum Ohr, ist so wie so eine Muskelkette völlig überdehnt und ihr drückt jetzt den Fuß praktisch nach unten oder drückt nach vorne, dass noch da richtig Kraft drauf kommt. Ihr seht, es ist mit einem Bein gezeigt, es gibt nachher noch Übungen mit beiden Beinen gleichzeitig. Das hier wäre jetzt so ein Anfängerniveau, wie man das gut anfangen kann, ohne dass man den Fuß überlastet und ohne dass man sich dann Schäden zuzieht. Auch hier die Bitte fangt langsam an, nicht übertreiben. Okay, dann hier jetzt eines meiner Lieblingsthemen, wie kann man Radfahren noch gesünder gestalten? Ihr haltet an zwischendurch. Der Nachteil für viele, die Vollendungstendenz würde bedeuten, ich will mit dem Fahrrad irgendwo ankommen oder ich will meine Radtour fahren. Jetzt wird hier unterbrochen, das heißt, ihr unterbrecht die Handlung, das ist für manche ein komisches Gefühl. Wenn man sich eben das klar macht, dass man nur kurz das Radfahren unterbricht und dann aber sich was Gutes tut, dann könnt ihr hier wieder den Fuß nach hinten stellen, Unterschenkel, Oberschenkel, Bauchmuskel und Halsmuskel wird überdehnt und das war zum Beispiel eine Position, wo man auf den alten Laufrädern hatte und durch unsere modernen Fahrräder, wo die Pedale vorne, da wird das Bein nach vorne genommen und verkürzt sich und das könnt ihr nochmal in dem Podcast nachhören. Ich meine, es war die Nummer 46, wo das ganz differenziert dargestellt ist, was Radfahren positive und negative Seiten hat, mit vielen Bildern drin, mit Erklärungen dazu. Also hier jetzt nochmal eine Übung und ihr könntet auch, ihr seht hinten dran, die Baumstämme dann für die Fortgeschrittenen den Fuß nach oben stellen oder es gibt noch Bilder dann später, wo die, es sind so Holzlager, wo man dann den Fuß relativ weit hoch stellen kann für die Profis dann schon, sodass man auch diese Übung in verschiedenen Stufen durchführen kann als Ausgleich zum Fahrradfahren, sodass eben Herz-Kreislauf-Training und Dehnkraft zusammenkommt. Und hier seht ihr zum Beispiel jetzt vor dem Schwimmtraining oder vor dem Abneutauchtraining. Das ist jetzt fortgeschrittenes Niveau, das heißt ein Bein ist in der Luft, dadurch kommt viel mehr Druck auf den Unterschenkel und auf das Sprunggelenk. Auch hier natürlich, falls ihr Sprunggelenkschäden habt, natürlich nicht so anfangen, das ist schon eher ein fortgeschrittenes Richtung Profi-Niveau. Und ihr seht, man kann mit den Armen sich abstützen. Die Kraft geht immer das gleiche, ihr drückt den Fuß nach unten, wie wenn ihr euch wieder mit dem Fuß ein Stück nach oben drücken möchtet. Ihr könnt natürlich auch beide Beine am Boden lassen, dann habt ihr mehr Gewicht verteilt, dann ist es auch nicht ganz so massiv. Dann hier gezeigt, eben beide Beine gleichzeitig. Da muss man jetzt so ein bisschen praktisch über den Fuß nach vorne abrollen, das geht dann schon für Sprunggelenke, die schon wieder beweglicher und kräftiger sind, also geschmeidiger werden. Mit einem eingeschränkten Sprunggelenk oder mit einer schweren Arthrose im Sprunggelenk könnt ihr das so nicht machen. Also schaut bitte drauf, dass es nicht übertreibt. Und ihr seht, hier ist das Gewicht abgestützt auf dem Baumstamm, also als Aufwärmtrainingform laufen in dem Fall, wenn man barfuß joggen geht oder eben halt auch mit Füßen. Jetzt hier dann Profi-Niveau mit einem Bein in der Luft, das ist dann relativ viel Belastung auf dem Gelenk. Wenn ihr spannt die Muskeln, ihr drückt nach unten und macht so eine wunderbare Dehnkraftübung. Hier seht ihr das Ganze deutlich abgeschwächt, man stützt sich auf den Bogen ab, drückt den Fuß nach vorne unten in den Sand und zwar aus dem Fuß, Zeh drücken. Hier nochmal die gleiche Übung, wenn ihr am Boden steht, also ihr drückt den Fuß nach unten und zieht die Zeh nach vorne, sodass ihr richtig die Muskeln aktiviert. Hier nochmal das Profi-Niveau mit beiden Füßen gleichzeitig. Und ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr Übungen macht, im Yoga gibt es Übungen auf den Knien, wo man sich nach hinten legt. Auch da nicht nur einfach auf den Füßen sitzen, sondern wenn ihr die Fußzehen ein bisschen runter drückt und die Füße nach unten auf den Boden drückt, dann aktiviert ihr gleich noch diese Dehnkraft und habt dann schon so wie so eine westliche Form von Yoga eingebaut. Die Übung sieht genau gleich aus. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, ihr könnt das anfangen damit. Es bringt euch weiter auf einem Weg auf einen geschmeidigeren und kräftigeren Körper, dass keine langzeitigen Schäden Richtung Arthrose entstehen. Und ich höre spannenderweise immer wieder auch, wenn ich solche Übungen mache, wenn da jemand zuschaut, oh, das sieht aber ungesund aus. Das Spannende wäre ja mal zu untersuchen langfristig, ist es gesund, wenn man es macht oder ist es gesund, wenn man es nicht macht. Also ich mache es jetzt seit 30 Jahren und die Sprunggelenke sind noch völlig frei und gesund. Auch hier immer wieder, nicht übertreiben, bleibt auf eurem Niveau, fangt langsam an, baut langsam auf und mit den Jahren habt ihr dann schöne, kräftige Fuß- und Unterschenkelmuskulatur. Viel Spaß damit!